Eine super fetzige Burlesk-Bewegung sind die sogenannten Bumps. Das sind diese schnell zackigen Bewegungen und dafür wirfst du einfach alles was du hast von Seite zu Seite und das richtig mit schmackelst. Und damit kannst du natürlich auch ein bisschen spielen und es variieren, indem du das mal doppelt und dann wieder einfach machst. Oder dich auch mit dem Rücken zum Publikum drehst. Untertitelung des ZDF, 2020